Servus zusammen und willkommen zu einem neuen, ganz besonderen Video. Ich stehe hier, um Fotos zu machen, mitten auf einem Feld in the middle of nowhere und habe aber hier was ganz Cooles entdeckt und das möchte ich heute Nacht fotografieren und zwar ein Windrad. So ein richtig uraltes Windrad steht hier. Das war echt ein Zufallspfund und jetzt muss ich mir mit einigen Hilfsmitteln behelfen, um dieses Windrad hier zu fotografieren, weil wir haben keinen Mond, also ich glaube sogar fast ein Neumond. Der Himmel ist komplett bedeckt, man sieht keine Sterne, also man sieht eigentlich nichts. Ich kann mit meinem lichtstarken Objektiv, jetzt hier mit meinem Sony 14mm mit einer 1,8er Blende zwar sehr viel Licht einfangen, aber ich muss mir, um dieses Windrad jetzt hier richtig schön in Szene zu setzen, mich mit einer LED-Lampe behelfen. Und dafür habe ich heute auch Hilfe. Der Jürgen ist heute dabei, der wird mir diese Lampe halten, beziehungsweise wenn ich dieses Bild mache, kurz dieses Windrad anleuchten und ich zeige euch hier ein Video, wie ich das Bild mache, weil das ist echt eine klasse Location, obwohl man sowas nicht erahnen könnte, dass man hier echt ein Bild machen kann. Das ist eigentlich ein Top-Spot für einen Sonnenuntergang, aber ich bin jetzt hier, ich will es hier umsetzen, habe richtig Bock da drauf, weil es so verrückt ist. Okay, wie gehen wir es an? Zum einen fotografiere ich im M-Modus. Im M-Modus bin ich einfach in der Lage, die Blende, die Belichtungszeit und die ISO einfach individuell anzupassen. Ich wähle jetzt die 1,8er Blende, weil die 1,8er ist einfach die allerlichtstärkste Blende und mein lichtstärkstes Objektiv, was ich so habe. Eine Blende von 5, 6 oder 8 wäre mir hier überhaupt nicht hilfreich, dann müsste ich ultra lang belichten, um dieses Windrad zu sehen. Deswegen 1,8er Blende, so tief, wie es nur geht. Dann schaue ich mir die Bildkomposition an und das ist hier wirklich eines der schwersten Dinge, weil es halt stockdunkel ist. Aber Sony hat an dieser A7 III diese helle Überwachung, diese Funktion, die habe ich mir auf die C4-Taste gelegt und da drücke ich jetzt mal auf den Knopf C4. Wenn ihr wissen wollt, auch wie ich mir diese Knöpfe belegt habe, schaut euch mal hier mein Video an, da ist es ganz genau erklärt. Aber hier C4 ist meine helle Überwachung und jetzt ist es hier in meinem Display taghell und ich kann meine Kamera super gut ausrichten und hier erstmal die Bildkomposition wählen. Und jetzt kommt das Schwierigste und zwar ist das Anfokussieren meines Motivs. Zum Anfokussieren habe ich hier eine kleine Lampe, könnt ihr auch eine Stirnlampe nehmen. Jetzt leuchte ich hier mein Hauptmotiv an, da oben das Windrad. Und ich gehe jetzt hier einfach nur auf meine C2-Taste, hole mir hier den Fokus oder beziehungsweise das Bild nah ran. Jetzt kann ich hier ganz gemütlich am Objektivring den Fokus ziehen, bis das richtig, richtig schön scharf ist. Und das wäre jetzt hier so der Fall. Ja, jetzt habe ich den Fokus. Und das wirklich hier mit dieser einfachen Lampe. Also ich nehme ja meistens nur eine Stirnlampe dafür. Jetzt ist die ganze Nummer hier im Fokus. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Foto. Meine Einstellungen sind jetzt klar. 30 Sekunden belichte ich auf einer 1,8er Blende und ich wähle hier eine ISO 250. Und jetzt kommt der Jürgen mit seinem LED-Licht, zeig es mal kurz in die Kamera, das ist so ein kleines, billiges, für 50, 60 Euro, so ein Wildrocks-Licht. Hält ein, zwei Stunden vom Akku her durch. Und er leuchtet jetzt, das ist ganz wichtig, nicht auf den Boden oder nicht direkt dieses Windrad an, sondern er hält es wirklich nach oben. Weil wenn man das jetzt hier auf dem Boden, auf die Wiese, irgendwie das Licht lenken würde, da wäre das Licht viel zu hart. Und das brauche ich gar nicht. Ich muss dieses Windrad eigentlich nur von oben leicht, indirekt, obwohl es indirekt ist jetzt auch schwierig, aber man muss einfach von oben irgendwie anleuchten, dass das Licht viel, viel weicher daherkommt. Mit so einer Stirnlampe würde es nicht gescheit funktionieren, weil eine Stirnlampe leuchtet viel zu punktuell. Ich brauche ein breit gefächertes Licht. Und wie gesagt, du hältst es jetzt einfach leicht nach oben. Das Windrad sieht man minimal, aber das reicht völlig aus, wenn ich jetzt auf 30 Sekunden das Bild mache. So, Windrad habe ich jetzt hier mittig, mal ein Bild drin, schieß ab, wird eine Auslöseverzögerung von zwei Sekunden, das jetzt hier nicht verwackelt an dem Ganzen. Und dann wird es ein Top-Bild, Leute. Und dann ist das schon wieder eine crazy Aktion. Das Licht bleibt auch die ganze Zeit an. Und ihr seht, er hält es eigentlich fast gegen den Himmel, aber es trifft trotzdem hier ganz gut oben auf diese Windradblätter. Jetzt bin ich echt gespannt. Und bei der Nummer ist mir einfach total wichtig, dass der Boden nicht irgendwie ausgebrannt ist, also dass der Boden nicht zu hell ist, weil es sieht eh schon gekünstelt aus, aber so ist es immer noch. Ja, bam, so ist es immer noch wirklich, wirklich cool. Wow. Also, nehmt es für euch mit. Man kann in der Nacht Bilder machen, wenn man sich mit so einem Licht behilft. Und jetzt gehen wir einfach weiter. Ich habe noch einen guten Spot im Auge, das ist eine Brücke. Die können wir vielleicht auch mit dieser Lampe anleuchten. Da bin ich auch mal gespannt, ob das klappt. Aber das war jetzt schon mal echt ein crazy Versuch, hier mitten in der Dunkelheit dieses Bild zu schaffen. Ich mache jetzt noch ein Bild. Ich habe noch mal Bock, vielleicht noch leicht die Perspektive wechseln. Und dann fahren wir weiter. Und jetzt sieht man einen Zug, der jetzt gerade angefahren kommt. Boah, ich bin sehr gespannt. Na ja, hub nur. Hoffentlich reichen diese 30 Sekunden. Ich hoffe es ganz, ganz sehr. Jetzt müsste ein gutes Bild zu sehen sein. Das muss ein richtig schöner Lichtsieger jetzt sein hier. Und der Jürgen leuchtet auch wieder oben die Windradblätter schön an. Und ich glaube 30 Sekunden waren zu kurz. So und jetzt bin ich an einem ganz anderen Spot und zwar wieder hier am See, am Wörthsee. Ich bin nicht alleine, ich bin hier jetzt mit dem Daniel und wir wollen jetzt als allererstes hier mitten in der Nacht den Steg dekorieren. Und dafür haben wir kleine LED-Telichtser. Die bauen wir jetzt auf und dann üben wir uns mal ein bisschen mit der Lichtmalerei. Bleibt dabei. Das machen wir jetzt, dass man auch ein bisschen was von dem Steg sieht, wenn wir jetzt hier mit einem hellen Licht rumspielen. So sieht man die Kulisse eben viel besser. Also es ist tatsächlich Lichtspielerei. Und heute ist Playtime. Jetzt zu den eigentlichen Einstellungen, wie wir unser erstes Lichtmalerei-Bild hier umsetzen. Ich bin hier im M-Modus und fotografiere 13 Sekunden lang. Also ich belichte 13 Sekunden lang, da hat der Daniel genug Zeit, sich von der Kamera mit diesem LED-Licht wegwärts zu bewegen. Der wird sich circa 8 Meter oder sowas wegbewegen. An dem Punkt, wo er hinten stehen bleibt, da habe ich auch scharf gestellt. Also das Scharfstellen funktioniert auch ganz gut im manuellen Modus, indem ich ihn mit einer Stirnlampe irgendwie anleuchte. Und das geht dann ganz gut in der Nacht. Auf einer Blende f8 bin ich auch. Und zwar deswegen, weil ich diese kleinen Teelichter als Blendsterne einfangen will. Ich stehe da einfach drauf, es sieht gut aus. Das Objektiv ist auch wirklich super dafür. Ich fotografiere auch mit einem 14mm Objektiv, also ich kriege einfach alles drauf von dem Steg. Und beim Steg sind wir schon mal im richtigen Stichpunkt, dass man auch was von dem Steg sieht. Belichte ich hier, beziehungsweise bin ich auf einer ISO 2000. Wäre ich jetzt niedriger auf einer f8, wäre alles stockdunkel, da würde man nur das Licht sehen. Aber so sieht man noch was vom Surrounding. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wir das Bild umsetzen. Drei, zwei, eins, go! 13 Sekunden. Und ihr seht, die LED-Leuchte, die verändert auch die Farbe. Indem man nach hinten läuft, könnte es schon mal ganz gut werden. Bam! Okay, für den Erstversuch ganz gut. Okay, jetzt haben wir hier ein paar lustige Herzchen an so einer LED-Kette. Da versuche ich jetzt auch mal auf die Kamera zuzulaufen, um einfach mal zu sehen, wie wirkt so ein Bild. Auch 13 Sekunden, oder? Machen wir das. Checken wir das mal aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Hahaha! Mal schauen, ist das was geworden? So Daniel, dann starten wir mal an den Lichtern wieder, dass die über den Bild anfangen. Der Kopf geneigt, dass ich nichts vom Gesicht sehe. Ich drücke drauf. Drei, zwei, eins, go! Und dann immer schön tiefer werden. Richtig geil. Der Daniel macht es gut. Sehr schön. Und boom! Hey, Hammerbild! Haha! Schöne Spielerei! Okay, nächster Versuch mit so einer LED-Lichterkette. Jetzt machen wir es mal auf vier Sekunden. Und ich mache das Bild erst, wenn du schon das Lassau über dem Kopf hast. Und jetzt starte ich mal da. Drei, zwei, eins. Jetzt wird das Bild gemacht. Ha! Hey, sieht das witzig aus. Du hast einen Lichtregenschirm. Schauen wir mal an. Jetzt probieren wir mal, einen Christbaum mit einer Taschenlampe zu malen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hinhaut. Stehe ich hier ungefähr richtig? So? Ja. Okay. Also, dann sagst du Bescheid, wenn es losgeht. Ich dunkel sie ab. Zacke, 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 spitze, zacke, zacke. Und abdunkeln. Nächster und letzter Versuch. Ist jetzt etwas mit Wunderkerzen. Ich habe jetzt Wunderkerzen, die ich jetzt hier an diese Futterkugel irgendwie ranklipse. Und dann werde ich mich mit so einer Art Lasso oder mit Kreisbewegungen einfach mal nach hinten bewegen, um einfach mal zu sehen, wie wirkt denn so ein Bild. So etwas habe ich echt auch noch nie gemacht. Wird jetzt auch total spannend. Also, ich finde es ja echt geil. Ich habe sowas schon immer mal ausprobieren wollen und heute komme ich einfach mal dazu. Also, hier habe ich eine Kette und diese Futterkugel ist eigentlich dafür da, um hier Stahlwolle reinzulegen, aber ich will den Steg jetzt heute und mich nicht anzünden mit Stahlwolle, weil ich auch nicht die richtigen Klamotten dafür da habe. Dann würde ich jetzt einfach hier die Wunderkerze anzünden, drehen und mich nach hinten bewegen, fünf, sechs Meter. Bin ich mal gespannt, wie so ein Bild aussieht. Und das Ganze auch so circa zehn Sekunden lang belichten, circa. Juhu, läuft! Zehn Sekunden habe ich, gell? Ja. Dabei werde ich jetzt mein Handgelenk kaum bewegen. Hier einfach nur ein Stück zurück, dann schauen wir mal, ob das gereicht hat. Schon durch? Ja. Schon. Also, wir hatten jetzt eine Menge Spaß hier auf dem Steg mit unserer Lichtmalerei. Das war jetzt auch für mich wirklich das erste Mal, als ich es ausprobiert habe. Ich wollte da in die Materie reinschnuppern, hat Bock gemacht. Ich möchte es auch auf jeden Fall nochmal machen, aber dann vielleicht tatsächlich auch zur blauen Stunde, weil man dann einfach hier von dem Surrounding noch viel, viel mehr sieht. Jetzt waren wir wirklich limitiert hierdurch, dass es einfach super dunkel war. Wir haben zwar den Steg ein bisschen beleuchten können, aber wie gesagt, zur blauen Stunde ist eigentlich die richtige Zeit, um mit Lichtmalerei zu spielen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Und jetzt sage ich Bye-Bye, euer Sigi. Jetzt gerade vom Wörthsee. Ciao.